Auf dieses nun offiziell verlobte Paar, Oskar & Marianne, ein dreifaches Schaladami! Wer habt ihn denn hier eingeladen? Ich glaube, ich habe das nicht legt. Ich glaube, ich habe das nicht legt. Mit welchem Geld? Elegant hätte ich ein bisschen morgens. Und das wären eventuell Entfaltungsmöglichkeiten. Außerdem ist sie sehr gelenkig. Eins, zwei, drei, vier, fünf! Marianne! Ich mag den nicht weg, klar! Ja, ja, ja!